Man sollte meinen, es war das Spiel David gegen Goliath, aber es kam dann doch ein bisschen anders. Und somit willkommen zurück bei meinem Kanal. Wir reden heute über das Spiel Lok Moskau gegen Bayern München. Ja, zweiter Spieltag der UEFA Champions League in der Gruppenphase. Man sollte meinen, das Ergebnis hätte eindeutig ausfallen müssen, dem war aber nicht so. Und ich habe es auch von Anfang an so raus prophezeit. Denn Lok Moskau hatte gegen die Bayern nichts zu verlieren und die Bayern waren klarer Favorit, auch wenn Lok Moskau das Heimspiel hatte. Und die Bayern haben auch gleich losgelegt wie die Feuerwehr waren in den ersten 10 Minuten präsent, zweikampfstark. Eigentlich ging das Spiel fast nur in eine Richtung, ich würde sagen in der ersten Halbzeit. Und die Bayern haben es ja dann auch, ich glaube in der 13. Minute Eiskalt ausgenutzt. Super Verlagerung auf Benjamin Pavard, der super, als wenn man das maßgefertigt hätte, die Flanke, auf Leon Goretzka und der, ja, der köpft das Ding unten wuchtig ins Tor rein. Und da kann man nicht viel machen und da gibt es auch nichts zu halten. Also aus meiner Sicht, weil der war wuchtig und da kann man dem Torwart auch keine Vorwürfe machen. Dann müsste man eher der Abwehr von Lok Moskau die Vorwürfe machen, dass sie ihren Hintermann so haben hängen lassen. Und ich kann es auch nicht verstehen, wenn man weiß, dass die Bayern so präsent sind, dass man sie so laufen lässt. Mich freut es natürlich als Bayern-Fan, aber das darf nicht passieren. Und wenn man die Bayern dieses Jahr noch irgendwie angreifen bzw. schlagen will, muss man solche Fehler oder darf man solche Situationen nicht zulassen. Man sollte solche Fehler vermeiden. Man muss immer enger Mann sein. Aber das schaffen die meisten Teams eben nicht, weshalb Bayern ja im Moment die Nummer 1 der Welt ist und für mich im Moment der stärkste Verein der Welt. Ist meine Meinung. Auf jeden Fall, die Bayern hatten viele zahlreiche Chancen. Das Problem dieses Mal war aber, im Gegensatz zu anderen Spielen in dieser Saison bzw. im letzten Jahr, sie haben sie nicht genutzt. Ganz untypisch für die Bayern. Normalerweise hätte man in der ersten Halbzeit schon 2-3-0 führen können, vielleicht sogar müssen, aber dem war leider nicht so, da die Bayern, ich will nicht sagen nervös gespielt haben, aber nicht so konsequent waren wie in der Liga und beispielsweise gegen Atletico Madrid. Und so ging es halt nur mit einem 1-0 in die Pause. Und in der zweiten Halbzeit ging es eigentlich weiter, nur aufs Tor von Lok Moskau. Und Kimmich hatte ja noch eine Riesenchance, die er machen muss. Und ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, ich hätte den auch reingemacht, weil ich glaube, dass du den Fuß nur hinhaltest. Sicherlich, du bist nicht in der Situation von Kimmich und du kannst es auch nicht einschätzen. Aber ich glaube schon, dass viele diese Chance genutzt hätten und den Ball ins Tor geschoben hätten. Wie man so sagt, das Sprichwort, wer seine Chance nicht nutzt, Lok Moskau kam dann, ich würde sagen, das erste oder zweite Mal gefährlich vor das Tor. Die Bayern-Abwehr überhaupt nicht präsent, keine Mann-Deckung, gar nichts vorhanden. Der Außenstürmer, Außenstürmer sage ich schon, der Außenspieler von Lok Moskau konnte seelenruhig in die Mitte spielen. Zack, 1-1. Neuer konnte nicht mehr reagieren. Ja, Schock erstmal. Und da haben sich viele gedacht, wird das die erste Niederlage beziehungsweise der erste Punktverlust der Bayern in der Champions League seit vielen, vielen Wochen beziehungsweise vielen, vielen Spielen. Aber dem war nicht so. Denn, wie man die Bayern kennt, ich will nicht sagen Dusel Bayern, aber es ist nun mal so, ich meine Goretzka war es, ob das ein Schuss sein sollte oder ein Pass sein sollte, Fakt ist, er kam zu Kimmich, der haut sich den Ball hoch, dreht sich, Volley-Schuss, Tor, Siegtorschütze. Damit hat er das aus der 56. Minute was glaube ich wettgemacht und hat uns zum Sieg geschossen. Wichtiger Sieg auf das Selbstbewusstsein, dass man sieht, dass man, vor allem es war ein Spiel, wo man weiß, dass man noch was aufzuarbeiten hat beziehungsweise, dass es noch Bereiche gibt, wo auch ein FC Bayern sich noch verbessern kann, obwohl sie eine super Saison gespielt haben bisher beziehungsweise eventuell noch spielen werden. Fakt ist, die Bayern haben gewonnen, zweiter Gruppensieg. Wie steht ihr zu dem Spiel? Fandet ihr die Bayern waren gut oder nicht? Schreibt es mir in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal und ciao.